Unglaublich, das Mädel. Aber gut. Man versteht sich, ne? Hallo, guten Tag. Guck dir mal so mit einem Auge drüber. Na, wer kommt denn da? Äh. Den Sprung schaffen wir nicht. Das ist viel zu... Wir müssen ja auch da lang. Geronimo. Geiles Motiv mit der Spiegelung im Wasser. Sehr geil. Tiefluft holen. Los geht's. Hier ist ein Durchgang. Sehr gut. Okay. Immer mit der Ruhe. Was? Wasser in den Ohren. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Mein Gott. Siehst du das? Wirst du... Im Moment... Gehen mir die Worte. Ach du heile Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Mein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Hm. Ich seh ihn schon. Shit. Mir fällt grad was auf. Ich glaub ich weiß was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Assaf finden. Oder er findet uns. Oder wir nehmen diesen Weg. Geht's da hoch? Mal sehen. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Ja. Ah nö. Ich dreh hier mal dran. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere Hand. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue. Aber fällt jetzt erst die Königskobra um Shivas' Hals auf. Das ist Vasuki. Ein König der Nagas. Wesen, die als Königskobra erscheinen. Steht für seine Macht über Angst und Tod. Hm. Kobras sind meine Lieblingsschlangen. Ich glaub ich hab keine Lieblingsschlange. Hm, was ist das da oben? Eins nach dem anderen. Okay. Wie kommen wir denn da hin, zu dem Rad? Okay. Und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Ah. Da vorne ist noch eine Kurbel. Ja, die hab ich doch schon gesehen. Hm. Ich stehe doch genau hier. Das ist irre. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Ich sollte mich beeilen. Oh. Ja. Aber was soll ich tun? Ich hab keine Ahnung. Ah. Wir haben was so passiert. Okay. Na komm. Alter, du bist so dumm. Ich schaue auf der anderen Seite. Okay. Hätte ich mich da lang hochhangeln können, ne? Da unten ist ein Schatz, verdammt. Ja, und so und so? Ja, ich weiß, ich muss da... Springen Sie zum Dreizack? Ja. Ah, ich verstehe. Ich muss da lang. Warten wir nochmal eben. Da habe ich nicht hingeguckt. Ja, ich muss da lang. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh nein! Oh nein, 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 nein! Oh, super Vorschlag! Das war echt knapp. Fast hätte ich meine Hose zerstört. Wow, ich kann von hier mein Haus sehen. Wirklich. Oh nein, wirklich. Wirklich. Ich bin da. Wirklich. Hier ist ein paar Wochenende. Ich bin da. 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 Ich kann das. Ich bin da. Ich bin da. Wasserrutsche. Wasserrutsche. Okay, dann hier rum und dann geht es nicht weiter. Da sind Haltegriffe auf der anderen Seite dieser Fenster. Cool. Aha, dann mal los. Okay. Aber erstmal mach ich den hier. Erstmal den Arm ausrichten. Richtig? Rüte. Okay, ich nehm die hier. Teamwork. Shiva ist anklang an. Und hier kommt Shivas Trommel. Scheiße. Na los, spring zur Trommel. Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Oh Scheiße, es geht los. Ui. Ui. Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Sehr gut. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh. Wollen wir? Hallo. Guten Tag. Hä? Oh. Hallo. War's das? In einem Moment wissen wir mehr. Das geht doch gut. Ja. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben. Das ist ein Mechanismus. Ich schätze, wir sind noch nicht fertig. Wenn die Heusala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Geronimo! Und was ist das alles? Na toll. Oh, jetzt müssen wir das Licht so brechen, dass es... Okay. Ah, dann mal los. Das Ding, das sie hält, das ist ein Brisswaden. Oh, dann. Ah, warte mal. Sieht gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Ich habe keine Ahnung in welche Richtung. Oh. Das Licht trifft die Statue, aber nichts passiert. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich habe keine Ahnung in welche Richtung. Ich habe keine Ahnung in welche Richtung. Hm, die ist kaputt. Schöne Scheiße. Die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Moment. Hast du das? Ja. Bitte. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Das Ding ist schwer. Okay. Vorsicht. Die Kante sieht nicht stabil aus. Alles klar. Würdest du mich verarschen? Gut. Dreck. Ich habe eine Ahnung. es still all das wasser spiegel ist hinlegen macht dich bereit und ja 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 Voll weggeschossen, so flopp. Voll weggeschossen, so flopp. 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 Weggeschossen. Weggeschossen, so flopp. Ihr werdet das Ende! Aufschlopfen! Bewegt dich, wir müssen hier werden! Bewegt dich! Ich habe sie gefunden! Doch nicht so hart, oder? Du kannst nicht gewinnen! Was? Hör mir auf! Runter! Scheiße, noch ein Treibler Thron! Arschgeigen! Alles Arschgeigen! Jetzt hast du ein Problem! Aufschlopfen! Aufschlopfen! Leut! Hier ist es los! Ah, hm-hm. Los! Wir müssen weiter!